Gute Zeiten, schlechte Zeiten, GZSZ, Vorschau, Liebessensation um Jonas, ausgerechnet bei ihr funkt es. Ja, liebe, gute Zeiten, schlechte Zeiten, Fans, in den letzten Jahres war es im Leben des Jonas Seefeld, Felix van Deventer, ziemlich einsam. Während er sehr viel Anteil an den Beziehungshochs und Tiefs seiner beiden besten Freunde Moritz, Lennart Borchert und Luis, Marc Weinmann, hatte, war bei ihm eher Liebesfrust statt Liebeslust angesagt. Zuletzt hat sich Jonas vor allem in seine DJ-Karriere gestürzt. Demnächst könnte eine bekannte Kollekiez-Lady für etwas Ablenkung sorgen. Zuletzt hat sich Jonas vor allem in seine DJ-Karriere gestürzt. Zuletzt hat sich Jonas vor allem in seine DJ-Karriere gestürzt. Zuletzt hat sich Jonas vor allem in seine DJ-Karriere gestürt. Untertitelung des ZDF, 2020